Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist schon Balberis und das ist Jackass. Wir befinden uns gerade auf 2500 Meter Höhen in Riese, Freunde, Freunde. Der Spaß beginnt so, dass wir auf einem Pick-up sitzen, besser gesagt stehen hinten drauf. Hier beginnt die Action. Oh yeah. Oh yeah. Yavuz, ne diyorsun, Semenyon mu abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Sayin Abdullah efendimiz, ne demek isterseniz? Dağlar güzel. Doğal ortam, güzel. Gelin, gelin, gelin. Almanya'dan, çıkın, çıkın, gelin. On the action begins here, friends. Abdullah abi, biz neredeyiz abi? Haya, Rize Haya Yaylasi. Yeni ismi Eskice köyü. Eskice köyü? Evet. Evet. Rakım 2650. Herkese selam. Das war im ganz andern an, wie lebe. Wahrscheinlich sind die Geräusche auch so laut, dass man mich schwer versteht. Aber es ist einfach nur geil. Jetzt fahren wir hoch an die Spitze. Und dort werden wir einen schönen Grill machen, friends. Karşi, bizim evide çeker misin? Çektim zaten abi. Ordan geldik, bizim evide çeker misin. Lütfen. Çok yaklaştın bana. Olsun. Hiç olmaz. Ordan geldik arkadaşlar. Ahmet, söyle bir şeyden. Ne diyeceğim ben. Selamualaikum. Ne diyeceğim. Freunde, wir sind jetzt an unserem Platz angekommen. Gebt euch diese saftige Aussicht. Und hier gibt es wohl ein Wasser, wo man seine Hand nicht so lange dran halten kann. Es soll so kalt sein. Ab geht's. So, angeblich könnte man seine Hand nicht lange da dran halten. Es ist echt brutal kalt. 12, 13, 14, 15. 15 Sekunden. Nete, mach ihn den saftigen. Ahmet, ne diyeceğim. Hat was Gutes, dieses Wasser dort. Aber echt todeskalt. Saftige 30 Grad hier in den Bergen. In den Streets von den Bergen, friends. Gebt euch doch mal diese saftige Aussicht, ja. Einfach unfassbar. Freunde, ich war einer der gesagt hat, was für Berge, was Schrott, Leute gehen wandern. Seit einem Jahr habe ich dieses Gefühl. Also ich habe das Interesse seit einem Jahr an Bergen. Berge sind was krasses. Geht in die Natur. Geht wandern. Geht. Fahrrad fahren. Geht. Besucht die Berge, Fred. Kommt in die Berge. Geht. 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 Freunde, manchmal vergisst man das Besteck. Und dann hat man hier so einen Löffel. Verlust. Geht. Geht. Aber ist vollständig ein Genuss. Kommt in die Berge und ist geschmolzenes Eis. Geht. 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 Wir befinden uns jetzt hier im schönen Chai Bachcha im Teegarten. Das ist die heutige Klick. Wir haben dabei. Erzulabe. Wir haben dabei. Wir geben uns jetzt in den Teegarten und schlöfen der leckeren Tee mit den Cousins Es wieder Treppensteigen angesagt und ich zeig euch meinen Weg Ahmet, sohle! Tolga, abonniere, 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 abonniere Wir haben hier eine kleine Spatier-Session eingelegt Jetzt geht's nach Hause und ihr hört gerade den Sela Jedenerstagabend gibt's Sela Sela nedir? Kim anlatt hier? Sela, Cuma'nın habercisi Veya bir ölüm haberinin habercisi Der Sentimental und Wille Bray Sizden, oğlum? Beni mi? Evet, ne demek istersiniz? Arkadaşlar, çıkın, çıkın, abonniere, abonniere Friends, ich hab's euch ausgehalten, solange keine Haare schneiden Wir haben gestern unserem Bray Ahmed die Haare geschnitten Ahmet, zeig deine Frisur Jetzt hat er das schon Boah, Junge Ich hatte so, so ne, so ne Billumaschine Aber, Ahmet, Haarspiel 10 von 10 Er wird mal heirme Er wird Ganz einfaches Spiel Ich hab's euch ausgehalten Es wird ein bisschen rasiert Auch im Urlaub muss rasiert werden Meine Hände haben gekitzelt, Friends Work This Ad Werf Was Undere Zers Untertitelung des ZDF, 2020